Leute, ich habe tatsächlich jetzt schon 40 Sekunden Gameplay für die nächste Battle Royale Map. Wir haben jetzt gerade mal drei Wochen eine neue Map. Wir müssen jedes Mal ein Jahr warten, bis wir eine neue Battle Royale Map bekommen. Und jetzt habe ich 40 Sekunden Gameplay für die Season 19 Battle Royale Map im November 2023. Es ist absolut unfassbar und es steckt natürlich wieder derselbe Typ dahinter, der schon die letzten ein bis anderthalb, zwei Jahre uns mit solchen Leaks erfreut, sage ich mal. Und mittlerweile habe ich tatsächlich das Gefühl, dass dieser Typ, der hinter diesen Gameplays steckt, ein betriebsinterner Respawn- oder EA-Mitarbeiter ist. Und Respawn vielleicht sogar selber dahinter steckt, dass das bewusst geleakt wird, damit eben die Leute, die sonst in den Quellcodes schnüffeln, natürlich inoffiziell den Spaß an der Freude verlieren, überhaupt erst in den Quellcodes rumzuschnüffeln, um irgendwas zu veröffentlichen. Ich gehe fest davon aus, und der Typ hat ja auch schon eine Menge Gameplay von Catalyst und keine Ahnung von wie vielen Legenden, die da geleakt wurden, gezeigten, auch von Vantage unter diesem selben Watermark, was ihr hier seht. Ich mache es nochmal an. Dieses BC Steve, das ist immer derselbe Typ gewesen, der das veröffentlicht hat. Es muss ein betriebsinterner sein. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir jetzt ein Jahr vor Release einer neuen Battle Royale Map in 2023 schon Gameplay haben. Ohne Texturen ist klar. Unter dem Codenamen Downtown läuft diese Map und allem Anschein nach Codename Downtown. Es scheint so zu sein, als wäre zumindest denkbar, die gesamte Battle Royale Map eine Art Stadt. Also im Vergleich zu den anderen Maps, die wir bis jetzt haben, zwischen den ganzen POIs, gibt es immer eine Menge Freifläche. Und hier scheint das dann eben nicht der Fall zu sein. Natürlich gibt es in der Stadt auch mal einen großen Park, wo man vielleicht ein bisschen Freifläche dazwischen zaubern kann. Aber es scheint tatsächlich, als würden wir Ende 2023 natürlich eine Stadt als Battle Royale Map bekommen. Und das macht natürlich die Art der Zusammenstellung der Legenden völlig anders, völlig interessanter. Und bestimmte Legenden werden vielleicht dadurch spielbarer. Und das bringt natürlich das Spielverhalten exakt, oder nicht exakt, extrem durcheinander. Und das finde ich sehr, sehr krass. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, was haltet ihr davon? Eine Map, die eigentlich faktisch nur aus Gebäuden besteht. Das könnte interessant werden und auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen. Weil alle anderen Maps haben zwischen den verschiedenen POIs eine Menge Freifläche, auch wenig Schutz teilweise. Gerade bei der neuen Map Broken Moon gibt es hier und da viel Freifläche, wo wenig Schutz ist. Und in dieser Stadt, das könnte schon sehr, sehr interessant werden. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, was denkt ihr? Und vor allen Dingen denke ich, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten von diesem Busy Steve, der die ganze Zeit am Leaken und am Machen ist und am Tun ist und am Veröffentlichen, da werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen. Und wahrscheinlich auch in Sachen neuer Legende und Gameplay für die neue Map wird es bestimmt in den nächsten Monaten auch nochmal interessant. Wie immer auf meinem Kanal findet ihr dann aktuellen Stuff von mir. Vergesst nicht zu abonnieren, Daumen da lassen, Abo, wenn ihr neu seid und so weiter und so fort, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und im nächsten Video habe ich schon wieder interessante Informationen in Sachen Matchmaking. Lasst euch einfach mal überraschen. Das war es jetzt soweit erst mal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.